Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 8. Oktober Jesus aber sprach zu dem königlichen Beamten. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Johannes 4, Vers 48 Welch eine Enttäuschung! Da hat nun dieser hohe Beamte alle Vorurteile gegen Jesus über Bord geworfen. In Herzensnot bittet er den Herrn Jesus, heile meinen todkranken Sohn. Aber Jesus weist ihn schroff zurück. Da denke ich an jenen Mann, der mir verbittert erklärte, als mein Sohn in den Krieg musste, habe ich Jesus angerufen, er möge meinen Sohn bewahren. Es war umsonst, er kam nicht zurück. Nun bin ich fertig mit ihrem Jesus. Enttäuschung am Heiland der Welt Doch nun macht uns der Herr klar, dass wir keinen Grund haben, von ihm enttäuscht zu sein. Er selbst ist vielmehr von jenem Mann und dem Beamten und oft auch von uns enttäuscht. Warum? Darum, weil wir wohl etwas von ihm wollen. Aber ihn selbst wollen wir nicht. Wir wollen die Hilfe, aber nicht den Helfer. Ja, wenn wir wenigstens das von ihm wollten, was er geben will und was er am Kreuz für uns notvoll erworben hat. Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben. Aber das alles schiebt den Mensch weg und sagt, ich will weder dein Heil noch dich. Ich kann nur glauben, wenn du mir die Hilfe gibst, die ich jetzt gerade haben will. Jesus wies den Beamten zurück, weil er uns sagen will, man kauft bei mir nicht Hilfe ein, wie man Ware im Laden kauft. Dort geht es nur um die Ware. Was kümmert uns der Kaufmann? Nein, so geht es bei Jesus nicht. In ihm will der lebendige Gott uns, seine verlorenen Kinder, zurückgewinnen. Darum hat er uns nichts zu sagen, wenn wir nicht ihn selbst und sein Heil begehren. Herr, gib uns ein heilsames Verlangen nach dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Jesus Christus, segne dich. Young take 1 a Spannung. Jesus Christus, segne dich. Bis zum ewigen Leben. ischerさん in dein Leben mit dir. Undром her, kann ich morgens nicht. peel, lang fresh, langそう. watching 용aken 이� tampoco. menge.